Hallo Leute, ja wir sind hier wieder in Oxygen Not Included. Wir müssen schauen, dass wir hier Algen kriegen, die da ganz wenig sind und das nächste, was wir auch noch hören, unser Wasserproblem, das müssen wir lösen. Ihr schaut das Logo und dann gehen wir auf den Großbildschirm und gucken, wie wir das in den Griff kriegen. So, Wasser, das wollen wir hier irgendwie weg haben, da müssen wir mal ganz schnell dran gucken, aber die Algen, obwohl, warte mal, was ist das? Naja, das ist verschmutztes Wasser, was haben wir hier? Das sind doch Algen, naja, genau. Gut, das heißt, wir müssen ganz schnell hierhin graben, wir machen das aber ein bisschen höher und ich glaube, dass es für uns besser ist. Warte mal, das, 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 der muss noch weg, der Zipfel, der muss weg, der Zipfel, dann können sie bis dahin durch, dann können sie diese Algen holen. Ist das auch noch Alge? Ja, das heißt, das weg, das auch weg, weil das Wasser dann da auch runterlaufen kann. Und dann läuft das Wasser nachher hier runter, wenn wir da eine Leiter bauen. Dann machen wir da so eine Leiter hin, aber hier sind auch noch Algen, ne? Ja. Dann lass erst mal das Wasser da runterlaufen. Ja, müssen wir schauen. Wer kommt? Keiner. Ah, doch, hier hat einer schon eine Maske auf, der geht aber, ne, er geht nicht da hin. Was passiert hier? Geliefert Erde, okay, damit dieses Holz da, ob das alles Sinn macht. Äh, was ich noch hatte, das war letztes Mal haben wir hier was gebastelt. Ach doch, das ist sogar richtig gebaut. Ne, das muss also eigentlich funktionieren, dass das hier gebaut werden kann, ne? Dann rutschen wir da zusammen. Und weil hier unten, wie sieht das bei unten mit dem Chlorgas aus? Da hatten wir ja ganz viel Theater mit, ne? Was ist hier Chlorgas? Wohl nicht, da ist auch kaum noch Polendioxid, wohl. Was machen die? Die sind hier am Wachsen, ne? Guck mal, die Leitung ist schon abgebaut, sehr schön. Algen, wir haben immer noch keine Algen. Ist denn jetzt einer hier mal hingelaufen schon? Nein. Warte, dann machen wir mal die Prio hier höher. Prio höher. Prio höher. Ach so, da ist auch noch eine Prio 7 zu machen. Gut, dann kriegen wir vielleicht auch ein bisschen Sauerstoff zu ran, ne? Oh, wer baut denn hier was hin? Warum haben wir das gemacht? Gute Frage, ne? Okay. Keine Ahnung, wofür wir hier buddeln. Wenn wir hier doch einen Weg nach da haben. Hm, keine Ahnung. Aber die sollen das jetzt hier mal schnell machen, damit wir an die Algen kommen, ne? Das hier ist ja alles Schnee. Warte mal, wir haben da unten Behälter irgendwo stehen, wo aber Schnee nicht reinkommt, oder? Doch, Schnee könnte auch da rein, dann machen wir das doch. Aber kein Verschmutz da, okay? Warum taut das nicht weg? Das hätte wegtauen müssen, ne? Weißt du was? Das machen wir nicht, den Schnee da rein. Ich baue hier einen neuen Behälter hin, damit da der Schnee reinkommt. Äh, wo war der Behälter? Äh, ich sehe jetzt den Wald vor lauter Bäumen nicht, da ist er. Äh, nochmal. Mach den mal da hin. Also, den können wir erst konfigurieren, wenn er gebaut ist. Den bauen wir aber auch ganz schnell. Damit wir hier den Schnee noch als Wasser kriegen können, ne? Dann sollen die das da hinbringen. Ah, hat einer gemacht und mehr nicht, äh. Eis. Zeitplan ist klar, lange Arbeitswege, kein Forschungsschwerpunkt ausgewählt. Ja, den brauchen wir, glaube ich, auch nicht auswählen, oder? Ja, hier Tränke. Mit, ähm, was war das für eine Station? Melkstation, ne. Das ist alles fertig. Feststofffilter. Förderschienengeschichten, okay. Hier wäre ein Abbau-Roboter-Mining, ja, brauche ich aber auch nicht wirklich. Hammer und automatischer Melder, ne. Ich glaube, Forschung war durch, ne, oder? Erstmal. Jetanzugmuster und sowas, ja, brauchen wir noch nicht. Monumentbasis, Monumentmittelstück, Monumentspitze, achso, da kann man so einen ganzen Kerl da machen. Pixelpack, okay, ne, das brauche ich auch nicht. Ist das, Signalwähler. Okay, das sind so. Weltraumscanner-Teleskop, okay, das wäre später alles hier, wahrscheinlich auch das. Ja, das ist durch. Aber die Forschung brauchen wir nicht. Hier wäre wichtig, dass da einer weitermacht. Da kommt auch schon Ali. Weil wir haben definitiv keine Algen und die gibt's hier. Wie sieht's denn mit Dingens aus hier und da ist alles safe, ne, ja. Okay, hier ist was, aber wir wollen ja hier wahrscheinlich hin, weil da unten stand ja die Pumpe, ne, ja. Mal gucken, wie der da durchkommt. Er läuft schon wieder weg, keine Ahnung warum. Okay, der Schnee muss jetzt aufgeräumt werden. Das ist Eis. Aufräumen bitte. Aufräumen bitte. Aufräumen bitte. Hier ist jetzt auch was reingefallen, ne. Das ist die Alge. Auf jeden Fall aufräumen bitte. Und die Alge auch aufräumen. Und hier muss sie auch drin sein, ne. Alge aufräumen. Was können wir hier wischen? Wahrscheinlich nix, ne. Doch geht sogar was. Hier ist Schnee. Den räumen wir auch weg. Schnee, also weil die Kiste nicht gebaut ist, ne. Wo wollten wir das hinhaben? Ah, der ist gebaut. Wo war denn das? Liquide. Schnee. Und Eis kann da auch rein. Da unten, naja, da weiß ich nicht. Wenn ich das jetzt rausschmeiße, liegt das hier rum, dann schmilzt das weg. Da habe ich das Wasser da. Will ich eigentlich nicht haben. So wie es jetzt ist, ist erstmal gut. Die sind nicht besonders schnell, ne. Wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Algen. Essen ist genug da, ne. Ja. Was kann man denn hier machen? Fertigkeiten der Duplikanten. Das geht nicht. Das würde gehen. Schutzanzuustraining. Nicht. Nicht. Hier würde was gehen. Machen wir mal die Feldstudien. Ah, weiß ich nicht. Machen wir mal. Hier ist schon überlastet. Oh, hier sind wir schon so weit. Raketen sind schon durch. Und hier R hier. Komm, machen wir das. So, da geht was voran. Was ist das? Trinkwassersprudler. Funktioniert der auch? Nutzt den einer? Ja, gute Frage, ne. Hier oben muss ich erstmal vorangehen. Habe ich Prius gesetzt? Nein, ne. Ich mach das erstmal hier so. Krio 7, damit das aufgeräumt wird. Warum ich das jetzt hier mache, weiß ich noch nicht. Und das hier. Okay, hier wurde gerade gewischt. Das ist schon mal gut. Verschmutzung ausgesetzt, okay. Kann man da was von machen, ne? Kann man essen, ne, oder? Ich erinnere mich, schwach, wo ist unser Ofen? Frostbrötchen gehen da. Die sind auch schon auf unendlich. Wahrscheinlich braucht man das dafür. So. Da kommt jemand und macht wieder was. Mal schauen, was die macht. Leiter bauen wahrscheinlich. Ne, doch nicht. Alge aufräumen, sehr gut. Und da auch nochmal Alge aufräumen. Ja, da haben wir die Kilos Algen jetzt. Ah, da sind es nur noch 30. Die zählen unbedingt noch nicht dazu. Was macht die Prio? Das ist Prio 7, okay. Wasser ablassen, weil hier sind noch Algen. Und da sind noch mehr Algen. Da sind auch noch Algen. Warte, die können wir schon mal auf jeden Fall markieren. Die auch. Das müssen wir entwurzeln. Aber hier nur nicht machen, weil das Wasser, obwohl die obersten, könnte man auch schon machen. Was ist das? Sedimentgestein. Sonst ist hier nichts. Okay, wir haben irgendwelche Ressourcen gerade wiedergekriegt. Das läuft, ne? Das sind hier die Brötchen, ne? Und die können wir jetzt machen, wenn wir dieses Zeug hier oben haben, ne? Aufräumen, 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 muss da vielleicht noch einer weg, ich könnte sein, ne? Ja, hier oben liegen auch noch solche Dinger. Hier liegen noch mehr davon. Mal gucken. Aber Essen wäre jetzt auch nicht so ganz das Problem. Da kommt schon mal wer und hoffentlich hier wird die Leiter weitergebaut, aber wahrscheinlich wird alles aufgeräumt, ne? Algo aufgenommen, auch nicht verkehrt, weil wir schon wieder keine mehr haben. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Okay. 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 Ich würde es hier mal zumachen wollen. Und dafür machen wir das auf und die schließen wir ab, keiner darf da durch. Wir sind aber fix da, ne? Und der nächste macht hier schon mal die Tür zu. Kohlendioxid, ja. Das können wir auch schon abbauen für weitere Schritte nach vorne. Hier war doch gerade Chlorgas, aber das ist vielleicht minimal, ne? Das sind wenige Gramm, wahrscheinlich hören die gleich auf. Die desinfizieren ja auch, wenn was schmutzig ist. Das ist ja der Vorteil da dran, ne? Ah, hier ist kein Strom. Ah, hier sind auch so Sachen, wo ich dann nicht weiß, was wir da alle noch mitmachen müssen, können dürfen. Das ist das Wasser für die Toilette, ne? Heilpille. Aus Kohle und Wasser kann man die herstellen. Mach das mal, fünf Stück davon, wenn es geht. Wie sieht es mit der Temperatur hier aus? Alles kalt, ne? Hier ist ein bisschen wärm beim Kompost, aber da kommen wir mit klar. Was ist mit ihm denn hier? Franky, nasse Füße, gereizte Lunge. Na super, fängt schon an. Wo ist er denn da? Ah, hier ist nur einer drinnen. Hier auch und da auch. Und die werden nur ausgebrühtet, obwohl er hier freigelassen werden müsste, ne? Wird bestimmt gleich gemacht. Hier ist Essen. Essen ist gut, das brauchen wir jetzt nicht beobachten erst mal. Trinken ist wichtig. Da geht es hier nicht vor, ne? Jetzt kommt hier John. Was macht John? Jetzt hier die Leiter bitte. Ne, der macht dieses Alge hier weg. Ne, da, das Wasser weg. Stopp mal, verschmutztes Eis. Ne, auch vor allem abbrechen. Verschmutztes Eis brauchen wir nicht. Ne, das kann liegen bleiben erst mal. Das kann hier nachher wegschmelzen dafür. Oh, jetzt wird hier endlich was gemacht. Nicht wirklich. Kann ich das auch wischen? Zu viel Wasser, okay. Hier läuft nichts. Wo kommt das Wasser denn jetzt her? Dann ist es hier unten auch noch hingekommen. Oh. Wischen. Ist aber nicht schlimm, dass es wieder hier gefiltert hat. Dann ist das da oben schon weggeschmolzen, ne? Hatte ich das nicht so gebaut, dass das hier nicht so passieren kann? Eigentlich schon, ne? Dann wird hier was runter getropft sein vielleicht, oder? Dann bau den mal auch schnell ab. Das ist aber alles sauberes Wasser, was die aufwischen können. Das können die dann auch, ja, nutzen. Ich habe doch hier so einen Wassereintleerer oben nicht drinnen, ne? Nö, sieht nicht so aus. Da ist eine Pumpe, aber kein Wassereintleerer hier. Brauche ich den? Lass erst mal so. Dann können die die anderen Sachen mitmachen, die wir noch machen müssen damit. Ah, ist hier wieder nichts passiert. Oder doch? Doch, ich glaube wir haben den Stein dahinter abgebaut. Hm. Okay, Sauerstoff hat er, aber warum läuft der schon wieder weg? Ja auch. Die haben ja auch kaum Luft in den Masken, ne? Kann das sein? Ist denn da Luft drin, ne? So gut wie gar nicht, oder? Wo ist denn jetzt hier das Luftoverlay? Was kommt da was hin? Aber so ganz selten mal ein ganz bisschen, ne? Hier ist kein Sauerstoff. Und die sind ohne Sauerstoff dann unterwegs, oder wie ist das? Wo die erste Leiter ist gebastelt worden. Warte mal, wir haben ja auch so eine Schleimbode, ne? Lass erst mal so machen. Warte mal, vielleicht graben wir das hier auch mal weg, weil dann haben die wegen nassen Füßen das Problem nicht, ne? Atmet CO2 ein. Ne, Sauerstoff ein. Wahrscheinlich ist das hier das Problem, dass die Atemmasken zu wenig Sauerstoff drin haben, ne? Das kommt einfach zu wenig hier an, ne? Der läuft ja auch nicht ewig, ne? Ja, aber wir werden zu wenig Algen haben, ne? Ja, 121 Kilo, jetzt könnte es ja mal ein bisschen mehr werden, ne? Vielleicht läuft es ja doch. Ah, hier ist schon mal das passiert. So, wischen. Können wir das alles wegwischen? Sieht so aus, oder? Ne, hier ist zu viel, hat er gesagt. Da kommen wir nicht hin. Hier kommen wir auch nicht hin. Hier kommen wir aber eigentlich hin. Wahrscheinlich nicht, weil hier die Schleuse zu ist, oder so. Ah, weiß ich auch nicht. Essen haben wir erst noch genug. 95 wird sogar immer mehr. Essen haben wir tatsächlich irgendwie in den Griff gekriegt. Hier stehen die Flaschen. Da stehen auch die Flaschen. Das hat alles geklappt soweit. So, das bedeutet, wir müssten eigentlich jetzt hier runtergraben, ne? Und dann machen wir es hier auf. Ah, da zum Beispiel, weil da Alge ist. Guck, jetzt ist er da, ne? Aufgewischt. Aufgewischt. Verschmutztes Eis. Graupelweizen. Graupelweizen. Ach so, der wächst da, ne? Dann lass den dann mal wachsen. Oh, hier ist frisches Wasser. Ach, jetzt schmilzt das hier oben weg, wa? Deswegen kommt hier immer frisches hin. Ah, okay. Dann ist das so. Können wir jetzt auch nicht ändern. Das wird schwierig. Der Miep hier, der ist jetzt schon unterwegs, aber ich weiß gar nicht, was diese Anzeige da drunter mir sagt, ne? Unreich ist er. Okay, es geht auf jeden Fall mit der Leiter voran. Ja, er geht aber schon wieder. Jean geht jetzt hoch. Hier fehlt es an Sauerstoff. Zwei Masken sind da. Hier ist jetzt gerade ein bisschen reingekommen. Na, oder nicht mal das? Sauerstoffmasken. Doch, haltbarkeit. Da steht auch nichts. Und da stand gerade Ladeanzug. Kein Sauerstoff. Ist der aus, oder was? Ne. Das ist gerade etwas schwierig, ne? Da ist jetzt auch die Leiter gebaut schon. Hier ist jetzt kein Wasser. Verschmutztes Wasser ist das alles. Schleim aufräumen bitte. Weil da können wir da hinten ein bisschen Alge raus machen. Wird nicht viel sein, aber wird nachher hier gehen, ne? Was ist hier drin? Irgendwas wird sich gelagert. Schleim, okay. Dann kann der eigentlich produziert werden. Ah, warte mal. Hier ist einer, der kann jetzt leider sterben. zu Fleisch machen, ne? Zu Fleisch machen, ne? Weil der fühlt sich ja sonst eingeengt hier, ne? Durch die Wand, hast du gesehen? Aufräumen. Hier ist noch so einer. Ja, der gehört da gar nicht rein. Kannst du auch angreifen. Ja. Auch aufräumen. Ja, hier wird nachher auch noch einer zu viel drin sein, aber alles gut. Läuft erstmal. Oh, 24 Minuten. Wir müssen erstmal einen Cut machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt damit, wie ich das nächste Video hoch lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Bis dann. 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 Bis dann.